. Erkennst du den Song? Den So-Zong? Hallo, ich bin Maria-Klara Groppler und ich werd auch mit Felix Lobrecht verwechselt. Mein Name ist Felix Lobrecht und ich werde häufig mit Karl-Joseph verwechselt. Ich bin Benni29 und ich bin der Leibwächter von Carsten Stahl. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song, eurem Lieblings-Lieblings-Musikformat auf der ganzen Welt. Heute haben wir zwei unglaublich tolle Gäste. Zu meiner recht rechten Maria-Klara Groppler. Und zu meiner rechten Karl-Joseph. Ihr seid heute die Prominenten an meiner Seite und gleichzeitig auch Wildcarder. Was habt ihr gemacht, um hier stehen zu dürfen? Ihr habt bestimmt einen Kommentar geschrieben. Wir haben einen Kommentar geschrieben. Warum ihr hier unbedingt sein wollt. Genau, unser Lieblingssong noch. Und irgendwas noch. Euer Alter? Ja, unser Alter, genau. Und ... Das war's schon, es hat funktioniert. Ja. Erzählt ein bisschen was zu euch, Karl. Was machst du? Ich bin Comedian und sitze im Rollstuhl. Okay. Maria? Und ich bin Maria und ich sitze nicht im Rollstuhl, aber ich bin auch behindert. Kaum zu toppen, liebe Freunde. Ich dachte, ihr werdet sie vermissen. Und deswegen hab ich für euch eine Kleinigkeit mitgebracht. Boah, was ist denn das? Die ist ja viel schöner! Boah! Die ist ja viel schöner als die. 15 Euro. Das ist der Oberhammer. Aber das ist jetzt meine. Nee, du kannst an die mitnehmen. Ach, das ist sensationell. Und ich wollte für euch beide was mitbringen. Aber für eine zweite Goldene Ananas hat's nicht gereicht. Das ist doch der Oberhammer. Applaus natürlich! Die ist bio. So, Maria, was hast du mitgebracht? Ihr könnt auch ein Fuckboy-Shirt haben. So. Ähm, das ist von ... Also, von mehreren. Es ist Nicki Minaj, es ist ... Oh, fuck, egal. Ich weiß, ich weiß nicht alle. Piep, piep. It's Nicki Full Throttle, it's oh, oh. Swimming in the throttle, we winnin' in a lot of, we tippin' in a pot of blue. So, shit, it's so good, it's drippin' on full, get a body, and you never could go. Ich weiß, was das Intro vom Frauentausch ist. Ah! Das ist, ähm, das ist, ähm, Nicki Minaj, Jessie J, Ariana Grande mit, ähm, ähm ... Boom. Boom, boom, into your heart. Keine Ahnung. What in this Ferrari? If he hangin, we bangin. Phone rangin, he slangin. It ain't karaoke night. So. So, bang, bang. Oh. Ich wusste nicht die ganzen Frauen da in der Video. Bang, bang ist, glaub ich, der tollste Titel. Ich hab Boom Boom gesagt. Mein Leben ist ne Promophase, schau auf meine Oberarm. Plattenbaromantik, Plusmacher und Finch Asozial. Ja, das ist schön. Plus, ja, wenn's mal mit's. Wissen Sie raus an Finch Asozial und Plusmacher. Finch Asozial ist ein ganz toller Typ, der war auch schon oft bei uns zu Gast. Ich grüße dich von ihm. Ach, das ist sehr nett, danke schön. Plusmacher kenn ich jetzt nicht, aber ich werd natürlich da reinhören. Sehr, sehr, sehr sympathischer. Ist das ne Empfehlung von dir? Äh, ja, auf jeden Fall. Maria, was sagst du zu Finch Asozial? Ist sie dir zu asozial? Nein, das gibt's nicht zu asozial. Gibt's nicht, ne? Nee, der ist cool. And I can touch you. Ja. Celine Dion, My Heart Will Go On. Ja, Mann! Das hab ich auch gewissen. Ja, das hätten wir alle liebsten. Ich hoffe, dass bald Titanic 2 kommt. Ich will wissen, wie's weitergeht. Und ihr? Mit Nemo als Hauptdarsteller, oder wie? Genau, oder Daniel Kübelböck. Boah! Oh, angry! Satire, steht im Heller. Habt ihr bei Titanic geweint? Nein, ich hab bei Spongebob geweint, dem Movie. Ich find Spongebob auch cool. Und du, Maria? Machst du Schwämme? Ja, die sind so saugstark. Okay, eins, eins ... Eins, eins, null, liebe Freunde. Ich hol auf. Impro ist mein Ding. Nein! Äh, Apache 207 Roller. Ja, sie war schneller, alles gut. Nee, ich muss los, wenn die Rolle wieder schlug. Eins, eins, eins. Oh, nerdy shit be new to me. Äh, Box, Kid Box, Body Booty. So the party's called to the Re. Yeah. Gucci Gang, Lidpump. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Gibt auch andere tolle Luxusmarken. Äh, ja. Außer Gucci. Es gibt auch. Victory von Deichmann. Dann Grace Lance, ähm, äh, Fila, ähm, Puma. Oder Maria? So, vegan. Von Maria Clara Grobler. Also, dass ihr da nicht direkt gebattert habt. Ich wollt dir einen Vortritt lassen, dass du einen Punkt machst. Ach so. Bist du denn auch vegan oder ist das ein Gag? Nein, ich bin wirklich vegan. Ja? Wirklich, wirklich? Ja, wirklich, wirklich. Und Karl, was ist mit dir vegan? Ähm, nicht. Schöne Boulette, wo das Fett noch trieft, wo's spritzt und die ganze Küche fertig ist und man es dann nicht sauber macht. Schöne Boulette, wo das Fett noch trieft, wo's spritzt und die ganze Küche fertig ist und man es dann nicht sauber macht. Und alles rein. Geil, alles rein, am besten gleichzeitig. Ich liebe das. Hä? Weiter geht's. Und jetzt, wie geht's mit dir? Michael Wendler, hab ich heute noch gehört mit ... Wir waren, wir sind, wir bleiben. Das hört sich abzugleich an! Ich weiß nicht, ist das normal? Wenn man gar nichts mehr checkt? Wenn selbst die Pizza von mir so wie ein Papi schmeckt? Wenn man lebt, wenn man lebt, wenn man lebt. Mh, mh. Nee. Von Wendler. Ist vom Wendler? Ja. Nee, geht interessant. Von dem Wendler? Frag mich, wo ich bin und wohin. Dreh ne Runde mit den Nungsmann, du redest ohne Sinn. Kopfweg, besser komm nicht. Rolla, meine Waffe scharf und die Klinge rostet. Halt dich, voll dich, dicker, wenn du fliegst, ansitzt. Serro, Elmero, ein Koppel, AMG, paar Geld zehn, Schläger, Hul, Haushalt. Eine Ahnung, ich kenn den nicht, äh, Zero ... Ähm, nee, nicht Zero, äh, wie heißt der ... Tja, das ist ja wohl die falsche Antwort gewesen. Ja, das ist die falsche Antwort. Mh, mach'n Date-out, lass' dich sitzen. Wie die Lehrer mich in der Dritten ... Terro, Elmero, Zero, Mero ... Ich kenne mich gar nicht mit Deutsch-Trap aus. Ich kenne mich gar nicht mit Deutsch-Trap aus. Serro, Elmero, ohne Sinn. Immer wenn ich rausgehe ... Serro, Elmero, ohne Sinn. Was? Ah! Mh, don't stop the hate ... Ja, komm, komm, das war ... Das ist Elvis mit Don't Be Cool. Don't Be Cool. Gibt's nicht noch eine Verschwörungstheorie, dass Elvis noch lebt? Ja. Mit Tupac zusammen? Hitler lebt auch noch. Mit Tupac zusammen und allen anderen Rappern. Tupac, Hitler und Elvis. Tolle WG, oder? Sat.1. Aber Mama Mia! Was ist denn jetzt los? Oh, ja ... Ach so, Waterloo von ABBA. Waterloo, I'm doing this game if I wanna do it, yeah. Gönn ich dir den Punkt. Spielte Instrumente? Ich hab mal ... Ich hab mal Flöte gespielt, dann hab ich Geige gespielt. Kannst du gut geigen? Nee. Ich bin Gitarrenspieler. Hast du deine Gitarre dabei? Ja. Sensationell. Ja, das verstimmt's. Ja. Ich bin Rudi, Rudi, das Rüsselschwein. Komm und lass mich heute dein Rüssel, dein Maria. Ich bin Rudi, Rudi, das Rüsselschwein. Happy, lass mich heute dein Rüsselschwein. Was? War okay. Das war toll. Whitey Witch mit The Box. Sensationeller Song. Matchball, Kai Yusuf. Ach ja. Shake it off, Taylor Swift. Also, Glückwunsch. Danke. Und zwar ist es natürlich Sir Elton John, der Sir ist ganz wichtig. Candle in the Wind. So schnell kann ich das nix. Auf Teneriffa gab's ein super Elton John-Double. Ja. Ich dachte, der Sir Elton John wär da, in meinem Zwei-Sterne-Hotel. Aber das war wohl nicht so. It's never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little, until there was nothing at all. Or every moment, I start to replay. But all I can think about is seeing I look on your face. Lustig, den kenn ich privat. Lustig. Machst du einen Kontakt? Was? Machst du einen Kontakt? Für dich oder wie? Für uns alle. Wie fühlst du mit Scarpaldi? Ist nett, ne? Ist ein lustiger Mensch auch, ne? Das ist Summer Jam mit Capital Bra Diamonds. We have a winner. We have a winner. Sensationell. Sensationell. Welche Ananas willst du? Alle. Uno. Danke schön, Uno. Gute Price, hier, guter junger Mann. Hier, gehst du neun dazu, hier, geschnitte Licker. Sensationell. Ich berühr sie noch kurz. Sensationell. Ein sehr zähes Match. Hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wir haben gut gekämpft. Mit dir, Karl. Danke schön, ja, ich war ... Super. Bist du neidisch, Maria, auf die ganzen Ananesser? Ja. Du bekommst die, die nimmst du mit nach Hause. Und die bleibt jetzt hier stehen. Und die essen wir. Die wird gegessen. Ja, Freunde, wenn ihr euch denkt, ihr möchtet auch hier mitmachen, dann schreibt euren Lieblingssong in die Kommentare. Tolle Begründung, euer Alter. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute da wart. Ja, ich freu mich, ich hab mich auch gefreut. War doch ein Herzenswunsch, hast du gesagt, du hast Bock mitzuspielen? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt spielst du mit und gewinnst sogar. Ist das ein Hammer, oder? Es ist ein Lebenstraum, ich. Es ist ein Traum. Make a wish. Auf World Wide Wiedersehen und ein saftiges Fairwell. Ah ja!